Moin, willkommen mit Berlin Hauptbahnhof. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 betreibt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEG die Regionalexpresslinie RE1 von Magdeburg über Berlin nach Frankfurt an der Oder. Die ODEG setzt Triebzüge des Typs D0HC ein. Vorher fuhren hier lockbespannte Wendezüge der DB mit ELOX der Baureihe 182, sowie der Zug, der im Hintergrund als RE2 zu sehen ist. Die ODEG besitzt vom D0HC sowohl sechs als auch vierteilige Einheiten. Daneben setzt sie auf der Linie RE8 Triebzüge des Typs Stadler KISS ein. Dieser hier fährt zum Flughafen BER. Fahren wir nun mit dem RE1 auf der Stadtbahn nach Osten. Beim D0HC sind nur die beiden einstöckigen Endwagen angetrieben. In den doppelstöckigen Mittelwagen hört man fast nichts vom Motorengeräusch. Wir verlassen Berlin-Friedrichstraße. Nächste Station Berlin-Alexanderplatz. Nächster Berlin-Alexanderplatz. Nächster Berlin-Alexanderplatz. Nächster Berlin- gaan in den G Colombia hace. Nächster Berlin-Enerhof an лучstwerter in der D0HC-3. Nächster Berlin-Anhsans. Anfragen der Liedszeit auf der Hauptbahnhof, übernommen die Hauptbahnhof 1870 Monument – und wie ich bei der Anfahrt. Hier kommen zwei vierteilige Einheiten nach Brandenburg Hauptbahnhof. Hier kam der Liedszeit in die Stürmer-Läu-Bך, bis zur Hersteller, bis zum Not起iusen, bis zum Notfall des Sturzelskogenes des Kursos, bis zum Notfall des Abenteils und Schnitt der Liedszeit. Das ist eine große Herausforderung. Berlin-Ostbahnhof. Next up, Berlin-Ostbahnhof. Am Ostbahnhof herrschten zu diesem Zeitpunkt Bauarbeiten. In Berlin-Ostkreuz sehen wir erst einen RE8 nach Wittenberge, dann einen RE1. UNTERTITELUNG Zug 125 über Berlin-Schöneweide, Abbahn 8.18 Uhr von Seiten 30. Erdbeeren, Volan Dau, über Berlin-Hausbahnhof, Abbahn 8.19 Uhr von Seiten 4. Gang E für 0.25 Uhr, wir erzeugen über WD, Abbahn 8.19 Uhr von Seiten 30. Gang E für 0.25 Uhr von Seiten 30. Dieser RE 1 verlässt Erkner in Richtung Berlin und Magdeburg. Anschließend sehen wir am ehemaligen Stellwerk von Erkner einen Zug in der Gegenrichtung. Die Eingang around 40. Die Eingang sind deutlich über die Eingang mit einer guten Fliegerung, der sich die Eingang anstellt, die die Eingang anstellt, die den Eingang anwesgapos tief in der montrer, die in der Ölwöse Verkauf mig stellt, die die Eingang anwesgapos tief in der Natur, die die Eingang anblasen. Die Eingang anwesgapos tief in der Tafel und der Sch mussten anwesgapos tief in der Nähe von der Eingang anwesgapos tief in der Eingang anwesgapos gewandelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Blick in einen der Mehrzweckbereiche, in dem zum Beispiel Fahrräder mitgenommen werden können, und hier ein Blick in den Rollstuhlbereich. Und hier ein Blick. Wir erreichen wieder Berlin. Ich sag für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.